Willkommen bei Wirtschaft TV. Blockchain-Technologie. Die Bundesbank meldet Testerfolg. Die Abwicklung von elektronischen Wertpapieren ist auch im herkömmlichen Zahlungsverkehr möglich. Das teilte vor einigen Tagen die Bundesbank mit. Gemeinsam mit weiteren Marktteilnehmern haben die Deutsche Börse, die Deutsche Bundesbank und die Finanzagentur des Bundes eine Schnittstelle zwischen der Blockchain-Technologie und dem konventionellen Zahlungsverkehr geschaffen und erfolgreich getestet. Mithilfe einer sogenannten Trigger-Lösung und eines Transaktionskoordinators können Wertpapiere, die auf der sogenannten Distributed Ledger Technology, kurz DLT, basieren, in dem Zahlungssystem des Eurosystems für Großbeträge Target 2 abgewickelt werden. Der Test habe bewiesen, so heißt es in der Pressemitteilung der Bundesbank, dass eine technische Brücke zwischen der Blockchain-Technologie und dem konventionellen Zahlungsverkehr grundsätzlich zur Abwicklung von Wertpapieren in Zentralbankgeld genutzt werden könne, ohne dass für diesen Zweck digitales Zentralbankgeld geschaffen werden müsse. Burkhard Balz, der im Vorstand der Bundesbank für die Bereiche Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme zuständig ist, sagte, nach dem erfolgreichen Test dürfte die Implementierung einer entsprechenden Lösung durch das Eurosystem in relativ kurzer Zeit möglich sein. Zumindest deutlich schneller als etwa die Emission von digitalem Zentralbankgeld. An dem Experiment waren Barclays, Citibank, Commerzbank, DZ Bank, Goldman Sachs und Societe General beteiligt. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal.